Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Flash heute mit Video Game The Game Dieses Spiel hat mir der gute Sunrise vorgeschlagen und meinte, ja spielen wir das mal, das ist ganz witzig und da witzige Spiele ganz witzig sollen und die witzige Spiele sind nur berg ich spiele das einfach, es ist wieder auf Newgrounds, da gibt es irgendwie ganz schön viele Spiele ich spiele es allerdings gerade auf Game Jolt, weil ist so und ich würde sagen, wir drücken einfach Play Major Sazer Warning This game has the potential to induce seizures for people with photosensitive epilepsy Viewer Discretion is advised Okay also wenn ihr an Epilepsie leidet, dann nicht mehr hingucken Von daher, dann wird es bestimmt gleich voll blinken und so Oh Gott, okay Click to continue Okay, geil Du! Enemies! Gun! Kill this guy! Kill that guy! Okay, ich kill alle! Coins! Upgrade! Explore! Quest! Fest! Okay, ja, ja, ja Ich bin so fucking nervös! Hey du, mach meine Quest jetzt, komm zurück! But! Das Spiel war ja nicht mal der Benudel. Das ist auf jeden Fall die Cyanate & Happiness Melodie. Okay, ich würde sagen, das Spiel hatte alles. Waffen, Action, Boops, Quests, was und mehr. Und man konnte upgraden. Und geile Musik. Also, 10 vor 10, immer wieder gerne. Bis zum nächsten Mal und tschüss.